Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Atlantik-Tour. Wir verlassen heute unseren Zwischenstopp nahe der portugiesischen Grenze und machen uns auf auf den Weg nach Sevilla. Herzlich willkommen zu dieser Reportage. Wie ihr vielleicht schon in der vorangegangenen Folge gesehen habt, haben wir leider ein kleines Problem mit unserer Indus-Toilette. Da startet zwar irgendwie ein Pumpvorgang, aber es kommt unten nichts raus. Also ich vermute, dass da irgendwas im Ausflussbereich verstopft ist. Wir machen uns heute, es ist Sonntag, auf dem Weg Richtung Sevilla, um dann morgen früh bei einer Tedford-Vertretung, ist eine der mehreren Tedford-Vertretungen in Spanien, aufzuschlagen, um mal das Problem analysieren zu können. Es sieht sehr wahrscheinlich so aus, dass wir unseren kompletten Rückweg nach Deutschland uns entlang der Campingplätze entlanghangeln müssen, um auf die Toilette gehen zu können. Aber da berichten wir euch in Folge dieser Folge weiter. So, schaut mal hier, letzter Blick in die Landschaft nahe der portugiesischen Grenze. Ist das nicht herrlich? Ist zwar ein bisschen bedeckt heute, aber das zieht sich erfahrungsgemäß zum Mittag wieder auf. So, wir haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt bei einer Tankstelle. Gerade schon wieder den Garmin gestartet. Ist natürlich nicht sehr erhebend hier, aber wir hatten zumindest eine Toilette gefunden, die man benutzen kann und natürlich noch mal kurz was gegessen, damit der Magen mir nicht suggeriert, dass ich ins Bett gehen soll. Also, jetzt machen wir uns weiter auf den Weg nach Sevilla, beziehungsweise wir fahren auf einen Stellplatz südlich von Sevilla, weil wir dort dann auch relativ in der Nähe sind zu der Werkstatt, zu der wir morgen früh dann hinwollen. Musik 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 Ja, hallo, wir sind inzwischen in Sevilla angelangt. Wir stehen auf einem Stellplatz, der wird bei Camperkontakt unter dem Begriff Casa Karol gefunden. Alles mit C geschrieben. Casa Karol, das ist so ein, ich hätte jetzt beinahe gesagt, so ein Wohnmobil-Friedhof. Hier kann man also über Winter sein Wohnmobil einstellen und einlagern. Gleichzeitig vermieten die auch Stellplätze und zwar das Ganze ganzjährig. Es kostet für zwei Personen, unabhängig mit Hunden oder was auch immer und unabhängig von der Größe des Fahrzeugs immer pauschal 15 Euro. Ich werde hierüber noch einen Bericht machen, drehe mich jetzt mal nur im Kreis, damit ihr so ein bisschen das hier sehen könnt. Hier gibt es alle möglichen Dinge für die 15 Euro. Es ist Wasser inkludiert, es ist Strom inkludiert und was wir bis jetzt noch gar nicht hatten auf einem Stellplatz, hier ist auch ein Swimmingpool. Gut, die Qualität ist jetzt nicht ein super Schwimmbad, aber immerhin, man kann hier also auch ein Bad nehmen. Wir warten jetzt heute Abend oder dass es Montagmorgen wird und wir dann Tedford kontaktieren können, damit die hier möglichst ein Team zu uns rausschicken, weil wir sind extra in die Nähe von einer Werkstatt gefahren. Aber weiteres wird sich dann noch rausstellen. Ich mache hierüber übrigens einen separaten Stellplatzbericht, sodass ihr jetzt hier nicht verzweifelt versuchen müsst, alles mitzubekommen. Also da kommt noch was. Wir haben den anderen Morgen nach einigen Telefonaten mit der Tedford-Vertretung hier versucht, wo kein Englischsprachiger da war, habe ich mich schließlich doch nochmal an Tedford gewandt und die sitzen mit ihrer Deutschlandabteilung in Hahn bei Düsseldorf. Dort ist eine Julia. Auf diesem Wege ganz herzlichen Dank für deine Beratung. Es stellte sich schließlich heraus, dass der Drehknopf, nachdem sie mir beschrieben hat, wo ich Schwarzwasser und auch Grauwasser manuell theoretisch entleeren kann, dass da das zuständige Gestänge, was mitgeliefert wurde, dass ich das doch mithabe. Und das werden wir jetzt als nächstes versuchen zu gebrauchen, um die Tanks nacheinander zu öffnen und das Wasser abzulassen. Es scheint etwas mit dem Pumpenregelungssystem oder sie sagte, der Schlauchverteiler dieses Teil. Entweder ist es defekt oder es klemmt irgendwas oder was auch immer und sie empfiehlt, dass das ausgetauscht wird. Das können wir dann aber erst machen, wenn wir zu Hause sind. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Wir fahren jetzt erstmal zur Entleerungsstelle. Noch mal ich. Ich hatte euch ja gestern einen extra Film hier versprochen. Daraus wird jetzt nichts, weil nach dem Entleeren werden wir möglichst schnell weiter gen Süden fahren. Zu diesem Platz ist zu sagen, also hier gibt es locker 40, 50 Stellmöglichkeiten. Ich hatte schon erwähnt, es kostet 15 Euro die Nacht. Wir bringen natürlich die Adresse unten in der Videobeschreibung. Das liegt einige Kilometer, so 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Aber draußen, direkt vor dem Eingang, ist eine Bushaltestelle. Der fährt allerdings auch nicht zu häufig. Wenn ihr daran interessiert seid, guckt euch das doch mal dort an. Da werdet ihr sicher im Internet Informationen zu finden. Es sind aber links einige Leute hier, die hier stehen, auch Deutsche, die von hier aus diesem Bus nach Sevilla rein nehmen. Wie gesagt, es gibt einen Swimmingpool, leider Toilette nur jeweils Männer, Frauen, allerdings mit Dusche auch drin nur jeweils eine. So, dass es zu den Stoßzeiten da natürlich zu einer gewissen Wartezeit kommen kann. Ansonsten kann ich euch den Platz durchaus empfehlen, weil ihr werdet hier in Sevilla kaum auch viel bessere Plätze finden. Es gibt da so einen ganz alten Film von Harko zu einem anderen Platz, der hier ganz in der Nähe ist, auch im südlichen Teil von Sevilla. Der existiert wohl auch noch. Die Preise werden sich allerdings mittlerweile angeglichen haben zu den heutigen, also 15 Euro die Nacht. So, jetzt aber auf zur Entsorgung. So, ich zeige euch hier auch mal die Bodenklappe, die man entfernen muss. Jetzt steht man hier vor den Abwassertanks und ich habe jetzt hier in diesem Fall, benutze ich so eine schwarze Stange. Die gibt es auch in blau und da muss ich ganz da unten an diesem blauen Rad dann drehen. Ich mache das jetzt mal einfach, mache aber die Kamera dabei aus. Jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Das ist zunächst das sogenannte Schwarzwasser und da werde ich dann nachher das Grauwasser hinterher schicken. Also das funktioniert. Bitte entschuldigt die Unappetitlichkeit. Ich hoffe, wir schneiden da nur eine ganz kurze Sequenz rein. So, und jetzt kommt das Graue hinterher. Naja, Tedford sei Dank. Und die gute Serviceberatung. Also das klappt soweit. Ich habe auch gehört, in Deutschland, da schicken die teilweise auch zum Reparieren Teams sogar raus, zu dem Standpunkt, wo man steht. Das will ich jetzt natürlich nicht beschreien. Aber bis jetzt 1A für Tedford. Wir haben festgestellt, das stand hier bei Camperkontakt, war das angegeben. Aber hier können wir nicht übernachten. Das steht oben am Berg, es pfeift der Wind. Und da wir ja zwei Hunde mithaben, geht das nun gar nicht. Also wir haben uns hier mit Essen eingedeckt für mindestens zwei Tage. Wir haben ja noch andere Sachen noch an Bord. Also es reicht unter Umständen dann auch länger, je nachdem wie wir es strecken und was wir machen, wo wir Appetit drauf haben. Also wir fahren jetzt nochmal weiter und hoffen, einen offenen Campingplatz zu finden. So, wir haben inzwischen ein schönes Plätzchen für die Nacht gefunden. Oder besser gesagt, wir fanden das hier so toll und so schön ruhig und landschaftlich ganz herrlich. Und auch von der Anlage, dass wir uns für zwei Nächte einquartiert haben. Wir waren gerade in Osuna gewesen und sind jetzt noch eine Dreiviertelstunde etwa weiter, 40 Minuten weiter gefahren. Auf der, ich muss das immer nachschauen hier, ich glaube es ist die A92 zwischen Sevilla und Malaga. Also wir sind quasi so in südöstliche Richtung, Richtung Malaga gefahren und sind in einem Ort angekommen und den muss ich jetzt auch lesen. So, wir sind jetzt in einem Ort angekommen und ich muss den ablesen. La Sieresia. Wie immer findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ich schwenke mal hier so ein bisschen rum. Da seht ihr die Einfahrt hinter mir und auch die Rezeption. Und eben, habt ihr sicher im Hintergrund schon gesehen, hier gibt es eine ganz tolle Poolanlage. Leider, wir haben jetzt Mitte Oktober, nach Saison ist die Poolanlage geschlossen. Es gibt hier ein Restaurant auf dem Platz, das ist auch jetzt geschlossen. Dafür konnten wir die AXI-Card benutzen und für 18 Euro hier pro Nacht stehen, inklusive Strom, Wasser, alles was man will. Also, wenn man im Sommer mehr kommt, in der Saison, kann man hier dann sich auch die Poolanlage genießen. Ich habe sogar eine kleine Saunakabine gesehen. Ja, es ist so eine gemischte Sache mit Zelten, mit Wohnwagen und im Hintergrund sieht man auch so ein paar Bungalow-Gebäude. Ich zeige euch hier mal, welches schöne Plätzchen wir uns gewählt haben. Im Hintergrund seht ihr so ein Zelt. Das gehört offensichtlich zu einem spanischen Dauercamper, der aber im Moment nicht da ist. Also ich vermute mal, dass die zum Wochenende und zu ihren Ferienzeiten hier hinkommen. Wir haben aber heute Montag und so haben wir hier unten diese ganze Bucht, die hinter mir ist, wo bestimmt acht Fahrzeuge hinpassen. Die haben wir ganz für uns alleine, natürlich mit Stromanschluss am Platz. Hier unten runter gibt es noch weitere Reihen. Also in diesem Teil hier sind hauptsächlich die Wohnmobile untergebracht. Und wie gesagt, hinten auf der anderen Seite vom Pool gibt es Bungalows, etwas einfache Bungalows. Und dann auch oberhalb, neben dem Restaurant anschließend, gibt es so Stein-Bungalows. Also die sehen ganz schön hübsch aus, so kleine spanische Haciendas. Einen wunderschönen guten Morgen. Um 8.30 Uhr geht hier erst die Sonne auf. Kein Wunder, dass die Leute auch mit ihren Geschäften und so erst um 9 Uhr aufmachen. Wir sind dabei, uns so langsam fertig zu machen. Wir müssen gleich duschen. Wir gehen aber zum Duschen doch in unseren Wagen, weil da kommt einfach kein warmes Wasser. Ich weiß nicht, ob die da was abgestellt haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall kam meine Frau zurück und sagte, nee, ich muss hier im Wagen duschen. Die Hunde haben wir im Moment ein bisschen beschäftigt. Wir haben denen nochmal Spielzeug gegeben, was wir zum Glück noch mit hatten, damit sie sich ein bisschen austoben können daran. Sprich, die zerfleischen das. Und ich glaube, Ivy schluckt sogar den Stoff. Wir wollen uns jetzt gleich mal hier auf den Weg machen, weil hier in der Nähe gibt es einen interessanten Naturpfad. Oder es ist so eine Biosphäre, wo die speziellen Baumbepflanzungen hier aus der Gegend sind. Irgendwas auf Englisch, Home Tree, also Holm Tree, was auch immer das ist. Und die beschreiben dort, dass es dort einen besonderen Bodenbewachs gibt, den sie versuchen wieder herbeizuführen, also wieder zu renaturieren. Ja, hier ist es total ruhig. Wir waren hier in diesem Segment, wo so etwa acht Plätze sind, vollkommen alleine, bis auf den leeren Wohnwagen neben uns. Und auch insgesamt war es sehr ruhig. Im Moment warten wir noch drauf, dass die Sonne auch ein bisschen aufgeht weiter. Ja, es wird wieder ein strahlender Tag. Gestern hatten wir bis zu 31 Grad in der Spitze. Und im Moment geht hier noch eine angenehme, frische Brise. Also wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Das Gebiet, in das wir hier reingehen, heißt die Sierra de Humiadero. Ich muss das ablesen. Das ist gleichzeitig der Stadtname Humiadero. Und La Sierra, das ist hier die höchste Erhebung, wohl oder so heißt das Gebiet. Und ich gucke mal hier unter mich, da ist eine Beschreibung. Das sind geschlagene 625 Hektar. Und der höchste Punkt ist der Pico del Pollo. Pico del Pollo mit 682 Meter über Meeresspiegel. Ja, es scheint ein großes Wandergebiet zu sein. Also die 600 Hektar, die gehen wir jetzt heute nicht ab. Wie schon die Chinesen sagen, wo es den Berg hoch geht, da geht es auch den Berg runter. Wir waren allerdings noch nicht an der Spitze angekommen, aber es muss dann offensichtlich schon über 600 Meter gewesen sein. Ja, wir haben von hier oben einen wunderschönen Ausblick auf eine Olivenplantage. Und ich versuche jetzt euch mal zu zeigen, wo das Erntefahrzeug steht. Ja, wenn ich jetzt den Mast im Bild sehen würde. Und da unten muss irgendwo ein Fahrzeug sein. Da gehen also Männer mit und schlagen dann mit Stöcken in die Bäume rein. Und es sind hier nur Olivenbäumchen, soweit man sehen kann bis zum Horizont. Zum Abschluss von unserer kleinen Wanderung wollte ich euch das hier noch zeigen. Das haben wir an vielen Orten in Spanien gesehen, dass es ja auch in der Nähe der Campingplätze oft sogenannte Recreational Areas, also Ausruhgebiete oder Picknickgebiete gibt. Und hier ist auch ein ganz großer. Also das finde ich ganz klasse. Das haben wir selbst in Deutschland, wenn man dort irgendwo in die Waldgebiete geht oder in der Nähe von den Städten, kenne ich das gar nicht, dass man dort Picknick-Tische aufgebaut hat. Schaut mal her. Ja, nach dieser schönen Wanderung werden wir jetzt den Rest des Tages chillen. Oh, ich sehe gerade, unsere Hunde sind schon im Chillen-Modus. Und ja, ich selber muss ein bisschen Körperpflege betreiben, zwei Tage nicht rasiert. Gut, das wird euch jetzt kaum interessieren. Ich danke euch für euer Zuschauen, unser Mitfahren während dieser Tour, die immer noch unsere Atlantik-Tour ist, aber wir sind auf der Rückfahrt, auf einer etwas erweiterten Rückfahrt zurück nach Hause. Morgen fahren wir Richtung Mittelmeer runter, aber da beginnt bereits eine neue Folge und wir würden uns freuen, wenn ihr zuschaut. Denkt an die Abonnements, an den Thumbs up und lasst ruhig ein paar Kommentare da. Wir antworten gerne und sagen Servus, Bye Bye, bis zum nächsten Mal hier bei Ermittler TV. Entschuldigung. Entschuldigung, ich fliege meinen Mund dran. Ja, ja, I had you where I wanted you, had you by my side, was all I ever needed, but couldn't realize, I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, I let it slip somehow. Entschuldigung. 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 Entschuldigung.